hmmm hmmm wenn ihr wettbewerb fertig noch nein du weißt schon dass wenn du bäume tötest dass die bäume bis zu 8 holz dabei haben nein das wusste ich nicht oh gut jetzt weißt du es oh ich weiß nicht aber ich glaube ich möchte hier ein bisschen mehr in kritischen schaden reingehen wenn das irgendwie geht haben wir den t was haben wir denn hier verteidigungskampfstil bin ich glaube dann müsste ich im berserkerkampfstil mit einer folge von 8 erfolgreichen angriffen in einer gewissen zeit oder einem einzelnen bestimmten fähigkeit löst ihr den fokus aus ah ja keins dabei gibt es aber tja das ist pech wirklich pech ja physische ausbildung verringert den schaden zwei prozent gönn dir kann ich noch nicht dann werde ich na endlich na 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 also ehrlich echt ich lass dich sterben wenn es noch wann kommt versuch's gut ich 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 wird mir es jetzt zur aufgabe machen dich irgendwie zu töten ok eins gegen eins äh ne da tötte ich ihn ja nicht und das mach ich auch nicht aber vielleicht eins gegen eins und du ziehst dann währenddessen einen ganz heimlichen monster ran wie gesagt ich mach eigentlich kein eins gegen eins ja er hat doch keine chance so hui lagerfeuer anzünden juhu aber das geht nur mit och das passt schon wieder voll zu meinem outfit dieser tanz warum haben die vögel sowas was was gibt es denn für einen sinn tanzt mit den moa hurra wo müssen wir denn hin erzeuge rauch erzeuge rauch erzeuge rauch dann erzeugen wir rauch ah dann mal auf lagerfeuer suchen und anzünden am besten zahlen wir uns auf oh da ist die große spinne wollen wir? brauchen wir eigentlich nicht mehr ok also ich hab da immer noch genug ich hab da noch über 10 stück oder wie viel habe ich? ich hab genau 10 stück von der spinne noch ich weiß nicht ich weiß nicht wie viel hast du noch? musst du genau so viel haben ah ok wo ist das letzte? das ist bei der spinne in der Nähe ok äh will jemand was hinter mir abnehmen? n n n n also wenn du so fragst ne also den Mist kannst du schon alleine rekäumen und schalten sie achso wir müssen hier die spinnen töten 20 stück an der zahl also will mir doch jemand was hinter mir abnehmen hoppala ich bin auf einmal in einem anderen gebiet ich auch ich nicht oh kann das sein dass das ein bossfight ist? ja das ist ein bossfight gut zu wissen äh ok oh ich bin auch rüber ups ach Mist jetzt haben wir keinen Spaß mehr ah aber das macht Spaß hier spinnen zu töten one hit ja warum renne ich eigentlich? ich kann auch schießen so das war's die sind ja alle verwirrt jetzt die große spinne oder wie? du wirst in 10 Sekunden automatisch weggebracht jo weg wow das war ja sehr sehr spannend das war irre schwer ja wie ist das denn gelaufen? mit dir? jetzt müssen wir sie töten die spinne boah na dann töten wir die spinne oder? äh ja lohnt sich gar nicht das Viech zu benutzen ich hab da 40 Stück von denen ich auch ja aber man ist trotzdem schnell oder so ich hab die spinne gleich angetappt ach so ah ihr seid dahin oh ja ich bin auch falsch gelaufen jetzt töten wir die spinne ja und wir wollten die Piratenquest abgeben genau na gut ah ich werd die spinne schon rein töten noch seh ich's ja ich auch noch werd ich einen Schlag drauf geben ja aber locker ich glaub ich hab immer noch keinen Schlag drauf gesetzt ehrlich nicht? doch naja jetzt hab ich 88 Schaden so viel mach ich mit meinem 2 äh 1 Händer ich mach auch ordentlich Schaden die ist ja schon tot ja irgendwie langweilig äh erst wegbringen jetzt diese eine Quest oder? ja klar okay Chessy ist ja glaub ich auch da oben beim Bauernhof einer von euch hat auf jeden Fall dieses Viech oder? ja ich und dich diese Kiddies heute mit ihren Dodos äh wie heißen die eigentlich? Moas hieß doch ja ich stell mal eben zu der Piratentussi ich lern mal was ja lern du mal was hast du auch nötig nicht uns schlag der ist ja schon in der 12 so ja kannst du mal sehen gerade mal 81% ich hab 95% also ich bin auch kurz vor 12 was ist das bitte für eine Piratenquest das ist eine Müllersfrau ist ja egal sie hatte eine Quest für mich und dann nimmst du eine Quest an und gibst sie nicht ab ich hab auch eine abgegeben bei der ich hab dich Banditentöten boah einfach durchs Feld laufen ey ey warum hab ich mein Schwert und Schild hier? das fällt mich grad ein bisschen auf sonst kommt die äh Frau mit dem Fischen tötet dich Pasi mach die nicht bist du dir da ganz sicher? da wär ich mir nicht so sicher auch hinter euch rennt schon wieder alles hinterher nein nur hinter Pasi nein hinter mir läuft gar nichts hinterher die waren hinter dem einen Typen der auf dem Mau weggelaufen ist hinterher und dann sind sie wieder zurück gelaufen aber wisst ihr was? ich bin doch einer der eigentlich viel Schaden einstecken soll oder? wartet mal hier ja ich weiß was du vor hast ja ich glaub ich auch ach komm du weißt das hier jetzt auf dich geht ne? egal was ich mache weiß nein jetzt nicht mehr so da das klingt wie welchen Schaden ich mach einfach hier grad nur noch so'n Block naja ich hör drauf ich werd ja eh angesoffen ich bin voll vorbei gesprintet meine Fresse wenn man hier mal was antippen will dann spricht man immer einen anderen Spieler an dann hastest du nicht drauf so 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 noch drei ma ach ich find ich mit den grünisch sprechen ist doof nein katholisch erzogen so so ich hab dir jetzt grad nen Leck einen kleinen ne bei mir nicht bam ups ok dann können wir wieder ne? so hat der irgendwie mal auf ne uhr äh uhr geguckt? ja wie lang? wir haben jetzt 10 von 10 also seit 1 h und 10 minuten wir haben viertel vor wir haben viertel vor Entschuldigung ungefähr eineinhalb Stunden nach oben nicht ganz ungefähr wie auch gesagt ok machen wir noch ein bisschen oder? ich würde jetzt erstmal ne Pause machen ja ich würde noch aufnehmen ich muss aber schon seit einer halben Stunde aufs Klo uhuhuhu da gibt's denn eigentlich der Simon der Simon hat mir hier was gesagt also der Wahlrektor hat mir hier was gesagt das hat er noch gar nicht gemacht ich bin richtig enttäuscht was denn? bis bald wer wollt du hattest doch Gesprächsthem extra rausgesucht ja schon aber Passi wollt mir auf irgendwas richtig eingehen und ihn nur verarschen macht auch keinen Spaß das Recht wenn er das nicht mitkriegt lass mir ihn verarschen ja ich reagiere ich reagiere noch nicht drauf ich glaub du verstehst es noch nicht bist du noch nicht alt genug guck mal der hat die komische Ratte da drüben hat auch ne Quest ist zwar nicht wirklich ne Ratte sondern eher ne ich will nicht heranzoomen ein dicker Mann der Samson heißt so ich will zeigen wir machen hier kurz ne Aufnahmepause oder? jo jo dann treffen wir uns demnächst wieder am Feld äh ciao ciao tschüss